Guten Morgen, hier ist der Kirner Florian mit einem Videobotschef der Neusch, nämlich ein Tipp beim Kauf von neuen Laufrädern. Was ich empfehlen würde ist, schaut es euch immer an, dass das Laufrad extrem steif ist, denn das garantiert, dass die Kraftübertragung vom Pedal auf die Straße sehr gut funktioniert. Und für uns als Rennfahrer ist es wichtig, weil wir müssen extrem schnell reagieren und das garantiert ein Xcentis-Laufrad. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Produkte an von Xcentis und sucht euch ein passendes Haus für euch. Es ist bestimmt was dabei. Ich trainiere noch weiter hier und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!